Mit den letzten... Ah, verdammt. Ja, jetzt haben wir an. Da hinten kommen unsere Kumpels. Irgendwie sind wir immer ganz weit weg von denen. Ich fahr immer ganz woanders hin, wo die hinfahren. Naja, dafür mach ich alle platt und die nicht. Was sind das da hinten für Autos, die da kommen? Sind das Feinde, Freunde? Neutrale? Aliens, Tanten, Kinder. Was ist nicht? Wo sind unsere Freunde? Die chillen da. Aber ne, wir sollen uns da hinbewegen, dann mach ich das auch. Hat ja jetzt auch keiner was irgendwie gesagt. Es ist vorbei, jetzt steht er nicht mehr bewegen. So, der Erste. Und der Zweite. Wieso haben wir den nicht getroffen? Fuck. Jetzt haben wir den aber getroffen. Da kommt auch noch irgendeiner. Zack. Diese habe ich den nicht getroffen. Jetzt haben wir den, so. Oh, das sind die Spieler neu hier, ey. Ah, jetzt ist nur noch Infanterie oder was? Och, die kann man auch so kaputt machen, die Infanterie hier. Das geht auch gut. So, wie sind wir jetzt hin? Alle sind hier. Das chillen wir erst mal noch mal. Mann, da müssen wir jetzt hin. Ups, wollte ich gar nicht. Dem sollen wir folgen, denen da vorne. Dann machen wir das doch mal. So, soll ich schnell fahren? Wir auch nicht. Irgendwie kann ich gerade keinen Boost benutzen. Schade. 41 kmh, nur, ah, jetzt, äh, ganz kurz, 42. Der muss schon losfahren, wenn wir da folgen sollen. Mein, dicke, auf Ketten rollender Freund. Ja, irgendwie hängen die uns ab. Und ich kann keinen, also kann ich keinen Boost. Das ist ja mal doof. Wow. So, jetzt können wir wieder Boost benutzen. What was that? Ich denke, kann man mit so einem Panzer fahren. 55, ja, mehr nicht. 55 kmh, da hinten kommt ja irgendwer, oder? Spielspeicher, das ist gut. Spielspeicher, das ist gut. Wow, leck. Wie, geh hin und siehst dir an. Soll ich jetzt aussteigen, oder was? Was zum Teufel macht der Kerner? Sieht aus, als wäre ein Skatterfilment-Bump. Die Transporter? Nee, das ist Kreative. Könnte jemand den Kerner sagen, dass wir Krieg haben? Wow. Okay. Steigen wir mal aus aus dem Panzer. Und gehen hier zu unserem Kumpel. Was ist los, Typ? Scheiß PLA hat uns aufgelauert. Oh, uns zusammengeschossen, bevor wir fertig waren. Irgendeiner muss an den Scheiß Zünder und ihn auslösen. Und das bin mal wieder ich, oder? Du Feigling. Du Feigling. Okay. Kann ich hier wieder rein? Nee, schade. Ich sehe gerade gar keinen einzigen Feind irgendwie. Wow. Was war jetzt unserer? Da hinten sind Feinde. Endlich. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Aber unsere Kumpels sind doch mit dem Panzer da. Die könnten das auch einfach so mit dem Panzer erledigen. Aber nein, ich muss das mit meiner Waffe machen. Das ist ja wieder typisch. Wo ist der? Hä? Wo sind wir denn hier? Sollen wir hier hin? Boah, ist hier das Bild so komisch. Ah, hier ist er. Boah, dann müssen wir wieder zurück. Okay. Puh. Leg ich mich erst mal hier hin. Das ist ja Wahnsinn. Geht ja gar nicht mehr weg. So, jetzt können wir weiter. Und schnell zurück. Pffs. Das wird eng, wird eng, wird eng. So. Dann machen wir das mal. Waffen wir das jetzt? Jetzt habe ich die Explosion gar nicht gesehen. Super. Naja. Ach, die Minenschnur haben wir gezondet. Okay, da sind jetzt keine Minen mehr. Zurück in den Panzerwahl. Wir brauchen nicht an der Pfennsicht. Gut. Und damit gehen wir wieder rein in den Panzer. Nach unserem kleinen Ausflug an die Oberfläche. Aha. Und jetzt dürfen wir hier oben drauf. Schön. Und die Feinde abschießen, die man nicht sieht. Wo ist denn hier irgendwie? Da ist doch einer. What the fuck. Äh, müssen wir fahren. Ne, wir müssen nicht fahren. Das fährt nämlich nicht. Okay. Okay, wir müssen nicht selbst fahren. Bleiben wir liegen, Alter. Ist hier noch irgendwo irgendwer? Ach, weiß. Ah. Man. Ein feindliches Auto. Boah. Was ist das? Na, die treffen wir. Warte doch, die können wir. Treffen. Woher kommt die Panzerfaust? Da. Ne. Ja, ich die Flanke. Ist gut. Ich sehe da keinen einzigen Gegner. Da oben. Jetzt haben wir die aber. Wow. Was ist denn hier? Hat das Hausfrau und schlägt. Schon wieder da hinten irgendwo einer. Geht's noch die Panzerfaust! Feuer! Feuer! Meine Press. Wie viele Fasugas haben die hier? Da hinten war doch noch irgendwo einer. Geht's noch die Panzerfaust! Der ist jetzt weg. Geht's noch die Panzerfaust! Was ist wo? Ein Panzer an der Tankstelle? Bitte fügt sich auf die Zardau. So, da wird mir auch der Panzer weg. Da ist einer drin. Da hängt es auch einer. So. Oh, verdammt. Alter, scheiße. Sprengstoff-Baggie. Scheiße, Plakat da. Auf Wechsel beachten. Und da oben sind ja wieder welche. Und da kommt einer. Ja, das gibt es ja nicht. Wie übel war der denn gepanzert? Da kommt noch einer, der uns da hinten macht. Ja, lad doch nicht nach, ey. Boah, war das eng. Meine Fresse. Nee, es kommt da einer. Das war eng und schon wieder einer. Den sehe ich noch nicht mal. Meine Fresse. Boah. Was steht denn da oben? Auf der Brücke. Das ist ja Wahnsinn hier. Da ist... Den hab ich da. Achso. Nix da. Na, ist klar. Ich möchte diesmal selbst wieder fahren. Nein. Auch diesmal wird wieder für mich gefahren. Na gut, wir sind ja auch am Geschütz. Da können wir schlechte Panzer steuern. Na, es ist vorbei. Und die nächste Mission heißt Keine Angst vor Bösem. Von der Supername. Zur Pistole zu wechseln geht immer schneller als eine andere Waffe nachzuladen. Das wissen wir so langsam. Sie waren in der Bank gefangen. Ja, und uns lief die Zeit davon. Genau wie jetzt. Die kamen also dann in die Stadt. Wo war das? Draußen war ein Platz. Wir hatten die Bombe und warteten in der Bank auf Miller und Anvil 3. Ich funkte sie an, um zu fragen, wann die Ablösung kommen würde. Sie sagten drei Minuten. In drei Minuten werden wir da sein.